Hey, alles, was irgendwie natürlich ist, was auch immer das bedeuten soll, ist gut und gesund für uns und so weiter. Beides ist halt Bullshit. Alles ist Humbug natürlich. Also nochmal, um auf den Trainingskontext zurückzukommen. Ich meine, jeder, der jetzt zuhört, weiß, dass für uns ist die Natürlichkeit von Bewegung, ist Atmen und Gehen. Für mich vor allem Atmen. Also einfach zu verstehen, was kann der Atemzyklus und wo stecken wir als Menschen halt in Phasen des Atemzykluses fest. Und wo konstruieren wir durch Bewegung die Erfundenes für Fitnessstudio-Kontexte? Wo halten wir künstlich quasi Zyklen des Atmens körperlich fest? Und allein, wenn man sich das vor Augen hält, also ihr kennt mein ewiges Lied, also wenn man sich in Extension beißt, weil man quasi sich extrem in eine Situation des Atmens verhext, dann wird man quasi halt das irgendwann mal nicht mehr ablegen, weil einfach Kraftdrehungsübungen einen vermeintlich auch dahin verschieben, dass man da halt festhängt. Und das ist halt irgendwie so ein konstruiertes Phänomen, was eben nicht natürlich ist. So, das ist ein Punkt, der ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Wenn man jetzt quasi sagt, zieh dich aus, sei nackig, schmeiß deine Schuhe weg und geh in den Wald und bewege dich da natürlich, whatever that means in the end, by the way, weil auch da sind viele Leute, die ich draußen sehe, die nackt trainieren, auch halt extrem mit Extension gebeißt. Also nur weil du rausgehst, verlierst du nicht deinen Extension-Bias, also nur auch so, nur mal in den Mix geworfen. Dann ist das einfach das Riesenproblem. So, ich bin ja voll bei dir, aber ich bin es auch leid darüber zu diskutieren, weil ich denke, dass alle einfach so ein, wir müssen so ein Verständnis jetzt mittlerweile haben, oder? I want to move on. Ja, same, aber das Verständnis gibt es halt nicht, ja, gerade nicht in unserer Branche. Es ist ja auch grundsätzlich immer die Frage so, für was braucht es überhaupt Bewegung? Also wenn wir jetzt wieder von, die Diskussion, die wir ja so oft führen auch, wie stark muss überhaupt jemand sein und so weiter? Wie viel muss ich mit Widerstandstraining irgendwie meine Gesundheit verbessern, wenn ich das überhaupt kann? Meine orthopädische, biomechanische und natürlich auch dann kardiovaskuläre, all diese Faktoren, ja? Also so, Natürlichkeit, welche Körperbilder züchten wir und so weiter und so fort. So, ich meine, wenn ich mir anschaue, was heutzutage irgendwie so junge Männer, wie aber auch Frauen mittlerweile für Ansätze, dass ich muss den und den Körper haben, haben, das ist schon crazy. Ja, ist es. Also auch bezogen auf Körperhaltung, also einfach Haltung. Ja. Einfach mal so, sei halt einfach mal, so sei in der Haltung, die du halt mitbringst und versuchst, nicht krampfhaft zu verändern, weil das ist natürlich dann auch wieder was, in Anführungszeichen, Unnatürliches, dass du halt eine Idealvorstellung hast von einem Körper, also, keine Ahnung, bezogen auf von mir aus Körperkomposition, Körperfettanteil und so weiter, aber halt auch einfach so, welche Form hat der Körper, welche Haltung hat der Körper und so weiter. Und das ist halt auch wieder, das sind konstruierte Dinge und dann konstruieren sich Menschen in ein bestimmtes Bild rein, wodurch es ihnen natürlich nicht besser geht. Absolut, es geht ihnen nur schlechter. Und da wäre der natürliche Approach, nämlich einfach halt den Körper sein Ding machen lassen. Sein zu lassen, was du gerade gesagt hast. Genau, einfach sein lassen, so, das ist in den meisten Fällen the way to go, aber da stehen wir uns halt als Menschen selbst im Weg, was das angeht. Du hast vorhin von Selbstorganisationen gesprochen und nochmal, Skill-Meeting-Leute, also es sind einfach so Themen, die müsst ihr verstehen, wenn ihr selbst ambitioniert oder eben Coaches oder Therapeutinnen seid. Dieses Argument oder diese Diskussion, die wir auch immer wieder haben, irgendwann mal wird sich der Körper selbst organisieren, jetzt gegen eine Aufgabe zum Beispiel. Wenn im Wald vor dir ein großer Felsklotz liegt, dann wirst du ihn auf eine gewisse Art und Weise hochheben können. Du wirst quasi den Hebel so wählen, dass du diese Kugel, dieses Objekt irgendwie hochhebst. Aber du wählst sie nicht aktiv, sondern dein System wählt diesen Hebel und alles halt unterbewusst. Genau. Und dann kann man sich zum Beispiel einen Langhandel Deadlift anschauen und so diese Zieltechnik mit geradem Rücken und so weiter und schaut sich dann die Crème de la Crème an und da wird man halt vermeintlich eher systemisch flektierte Wirbelsäulen sehen. Warum? Weil der Hebel sich verbessert. Der Hebel wird sich quasi zugunsten der Bewältigungsstrategie des Trainierenden oder des Hebers verbessern. Nicht bei jedem natürlich logischerweise. Aber so, das ist einfach genau das Problem, dass man einfach von natürlich ist gleich konstruiert spricht und quasi one-size-fits-all-approach in Gym-Settings und so weiter hergeht. Und das ist halt einfach ein großer Fehler. Und da sollten wir uns halt schon längst weg bewegt haben. Ich glaube, der Begriff konstruiert, der trifft es ganz gut. Damit lässt sich viel beschreiben von dem, was wir machen. Und konstruiert kann nützlich sein. Jetzt wollte ich gerade einen Toni Hannover und fragen, ob er es verstanden hat, aber das hört er ja noch gar nicht. Oh Mann. Ja, jetzt tut mir leid. Konstruierte Bewegung kann auch nützlich sein, logischerweise. Aber oft stehen wir uns halt auch da selbst im Weg und denken, dass wir es besser wissen, als die natürliche Art und Weise, wie Bewegen funktioniert. Die normale Art und Weise, a.k.a. Selbstorganisation und so weiter und so weiter. Alles, was halt dazu gehört und so weiter. Ja, okay. Ich wollte dich, es tut mir leid, dass ich, ich wollte dich gar nicht so wegbringen. Also so, ich bin nur so, ja, da, und ich weiß, ja, da ist es nicht. Aber wir müssen verdammt nochmal anfangen, dass wir halt anerkennen, dass der Körper sich selbst organisiert. Und das ist ja auch so der Grund, warum meiner Meinung nach das Wichtigste für ein gutes biomechanisches Modell einfach ein Verständnis für einen Gangzyklus und den Atemzyklus ist. Weil das sind halt ursprüngliche, normale, natürliche Bewegungen, die nicht konstruiert sind, sondern die sich halt evolutionär entwickelt haben über Millionen von Jahren. Und an diesen Bewegungen kann man natürlich sehr, sehr viel festmachen, weil wenn man die versteht, dann kann man auch verstehen, was alles konstruiert ist, was wir so machen und was das bedeutet, was das für Auswirkungen haben kann auf uns und so weiter. Ich würde da, ursprünglich ist in diesem Kontext für mich auch nicht das richtige Wort. Weißt du, die Amis sagen immer primal. Ja, primal ist aber auch falsch. Also zu sagen, ich würde es eher vital nennen. Was? Wieso vital? Elaborate. Oder of vital importance, so muss man wahrscheinlich sagen. Naja, ohne Atmen und Gehen wirst du halt nicht lebensfähig sein. Und primal oder ursprünglich ist einfach falsch, weil das ist eine Kategorie, die es transzendiert. Also Atmen und Gehen sind einfach Kategorien, die letztendlich die Grundlage stellen des menschlichen Seins. Und wenn du das nicht kannst, bist du halt nicht lebensfähig. So, als erstes Atmen und dann quasi halt die einfachste Form der Bewegung ist Gehen in allen Derivaten, die es gibt. Alles andere darauf aufbauen sind dann quasi eben Ableitungen in den Kontexten, die das Leben bringt. Vom Säbelzahntiger wegzulaufen, irgendeinen Stein, den großen Stein aus dem Weg zu räumen, also sprich irgendwas zu heben, irgendwas zu werfen und so weiter und so fort. Aber diese Bewegungen basieren immer auf der Grundlage erstens des Atmens und dann quasi des Gehens. Heutzutage können wir aber sogar lebensfähig sein, ohne die Fähigkeit gehen zu können oder sogar atmen zu können. Da haben wir uns ja nicht entwickelt. Geben schon, aber atmen halt nicht. Deswegen finde ich halt primal oder ursprünglich ist halt falsch, weil das ist eine Ebene, die ist halt viel grundsätzlicher noch. Das muss uns klar sein. Also ich finde, weißt du so, auch in dem Kontext, dass man jetzt Atmen so wichtig nimmt, das ist verdammt wichtig und so. Und es ist auch verdammt wichtig, dass es da zu Schulungen und Kurse und sonst irgendwas gibt. Wir sind jetzt gerade wieder eingeladen von jemandem oder was hast du mir geschickt? Ja. Shoutout irgendwer. Sorry, ich kenne euch nicht, aber ich weiß es doch nicht. Aber ich freue mich schon darauf, wenn wir zusammen podcasten vielleicht, wenn ich da auch darf, wenn ich jetzt sowas sage. Mir geht es einfach darum, dass ich halt zum Ausdruck bringen will, dass wir, das ist auch wieder sowas Vermarkterisches. Das muss man nicht als primal oder ursprünglich titeln. Das ist es nicht, sondern das ist halt menschliches Sein. So, fertig. Move on now. Toni. Toni, du bist so ein tiefer Denker mittlerweile geworden und ich mag alles, was du schreibst auch und so weiter. Du hast alle richtigen Gedanken, lass dich aber nicht davon blockieren.